willkommen bei robo hart dem kanal mit dem herz für roboter hier eine kurze zusammenfassung zu dem kanal selbst und zwar wollen wir hauptsächlich themen der digitalisierung betrachten einerseits natürlich im geschäftsbereich andererseits kann man die auch privat nutzen ist dann gegebenenfalls auch interessant versuchen beide bereiche so ein bisschen abzudecken da gibt es am anfang jetzt diese fünf anwendungen die hier unten seht das ist einmal uipath studio hauptsächlich aber nach und nach auch die applikation der plattform von uipath dann einmal sap desktop studio cloud studio und von microsoft einmal power apps und power automate das ganze wird vorhanden sein nachher in drei verschiedenen formaten einmal quick views hier soll es nur einen kleinen kurzen einblick in das jeweils genannte thema geben meistens werden die themen hier so behandelt dass ich mir die das erste mal mit euch zusammen anschaue das heißt wenn möglich versuche ich da gar keine vorkennte zu haben dass ich euch so ein bisschen mit auf den weg nehmen kann dann gibt es quicktipp format da versuche ich so kurze nützige praxistipps zu liefern nach und nach für diese anwendung die ich vorstelle und dann noch deep dive hier werden komplexere themen in längeren sessions ausgearbeitet gerne würde ich dieses format auch nutzen um eure problem stellung und oder fragen ausführlich zu behandeln damit wir beide davon ein bisschen profitieren können ja soweit zur vorstellung erstmal da wünsche ich euch viel spaß mit diesem kanal und wenn ihr fragen habt gerne immer in die kommentare schreiben ich versuche weitest möglich alles zu beantworten vielen dank bis dann macht's gut und ciao